Jo, Anruf abgelehnt. Was ein Hurensohn. Sind wir beim sechsten? Äh, ja, wir sind beim sechsten und deswegen schreibst du jetzt sechs rein. Ja, du musst ja auch. Okay, stimmt, ja. Let's go, Miki, let's go. Bist du da? Ja, sag, wann er connecten soll. Okay. Connect in drei, zwei, eins, connect. Komm nicht drauf. Digga, hast du immer noch die falsche IP, du sparst. Komm drauf. Okay, wir sind immer noch im Nether. Ja. Äh, hat Dingens die, äh... Ja, die Quartz haben die Dingens geschrieben. Ach, perspektive, so. Du hast da deine Picke. Ja, ja, ja. Hier waren noch welche. Ja, ja, hier waren welche. Klar, ist ja auch am Portal. Ähm, du hast den Enchanting-Table, ne? Ja. Okay. Ja, du baust das Quartat da oben, dann nehme ich das andere. Glowstone braucht man für Tränke, oder? Uff. This is a good question, maybe. Maybe yes, maybe not. I don't know. This fucking shit of peace. Ich hab jetzt abgeschossen, höll ich tot. Ja, von was abgeschossen? Von Ghast. Wir haben alle umgebracht. Ja, und? So, yeah, wait a minute, yeah, I'm, I'm just, schreiben me down the cohorts in the chat, minus 5 Uhr, Gesundheit, mein Lieber. Danke. Teilen wir uns jetzt hier im Nether auf, oder wie wollen wir das machen? Weiß ich nicht, sollen wir? Es sind halt Leute im Nether, das ist das Problem. Ähm. Ich weiß es nicht. Also hier schaut es unbesucht aus, wollen wir hier da lang. Warte. Mal versuchen, dass ich hier überhaupt runterkomme. Ja, einfach den Turm wieder abbauen, den du gebaut hast, aber okay. Ist langweilig. Okay. Kommst du hier lang? Warte, kurz erst abbauen hier, zwei Quarzdingen. So, warte, warte, ich komm sofort. Komischerweise, nach den beiden Kills snipet uns gerade keiner. Ist echt so. Es sind ja schon wieder Leute auf Snipe-Tour, ne, hast du gehört? Als ob. Ja, ja. Ich meine, irgendwelche wollten ja auch kämpfen da. Ja, ja, die müssen ja jetzt langsam alle. Ja, wirklich gerade. Irgendjemand wird hier sowieso ne Falle bauen, irgendwo. Glaube ich nicht. Denkst du nicht? Dann müssen wir immer eine bauen. Rund um das Nether-Portal. Okay, kommst du? Mhm. Hier lang schaust du noch relativ unbe... Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Vielleicht finden wir hier sogar noch ne Festung. Die eine Festung ist komplett gelootet. Da vorne ist ne Festung. Ne, das ist... Sand... Sandstein. Sandstein? Nein, wie heißt der Scheiß? Nether-Rick. I don't know... Nee, wie ist Sand. Kies. Nein. Seelensand. Ach, Soul-Sand. Ja, ja, ja. Ja, genau, genau. Ich bin natürlich gekommen. So, mate. KK. Mag das Nether nicht. Ja, gibt aber ne... Gibt aber ne Level. Level, ja, man. Äh, wir sind ja schon... Schutz 1. Ups. Ich würde sagen... Bestellen jetzt hier, da hier gerade eh keiner auf dem Server ist. Machen wir jetzt hier einmal kurz. Ähm... Mach das. Werkbank. Und dann crafte ich mir schon mal die zweite Rüstung. Ja. Und dann... Gut zu tun. Hast du genug Eisen mit? Ja. 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 Daran werden wir nicht scheitern. Ja, moin. Ich packe hier... Mach hier einmal ne Chesseln, dass ich mich hier einmal entdehren kann. Warte, ich tue auch mal ein bisschen Schrott rein. Ach ne, nur einmal. Äh, zweimal. Ich mach für dich gerade nochmal Rüstung mit, ne? Ja, perfekt. Perfekt. Und wenn ich den Ambosser so machen soll, sag Bescheid, wenn mir Eisen gibt's. Äh, ja. Warte, komm mal her. Ja, hier hast du erstmal deine Rüstung-Teile. Perfekt. Und den Amboss kann ich jetzt auch noch schnell machen, da ich ja eh gerade das Eisen hier habe. Und wenn du noch drei Eisen übrig hast, kannst du mir noch eine Fliecke machen. Danke, mate. Jetzt war aber meine Rüstung schon wieder auf Schutz 1, ne? Oder? Äh, ja, ja. Wieder auf Schutz 1. Ja, moin. Hier krieg ich keinen Schutz mehr drauf. Verzeih mir mal so ein Gurkenschwert, ob Schaden ist. Bekommt keinen Schutz. Oh, oh. Warte mal, die sind im Nether, glaub ich. Du hast natürlich, glaub ich, gestern geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, weil die halt gefragt hat, ob wir im Nether sind. Da mach ich so. Die sind schon lange raus. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die im Nether sind. Das ist eine gute Frage. Das wäre kritisch. Dann glaub nicht, dass die so gut equippt sind. Aber ich weiß es nicht. Ich hab alles auf Protection, mate. Ich hab verzauber' ich meine Brustplatte auf Protection 2, oder? Ja, hab ich jetzt schon. Ich auch. Meine Hose ist jetzt auch schon fertig. Mein Helm. Meine Hose ist fertig. Ich hab nur noch meine Schuhe, dann hab ich alles broken. Ja, Hose und, äh, Schuhe und Helm fehlt mir noch. Warte, ich hol mir kurz einmal. Ah, fuck. Ich hab genau jetzt gerade das Sprinten auf meiner Maustaste deaktiviert und ich weiß nicht, wie es zurückgeht. Scheiße. Das wäre für's PvP bei mir grottisch schlecht. Halt, Lika, Lika, mach mir schon. Ähm, wo ist meine Axt? So. Warte, geh mal weg. Okay, jetzt nur noch die Schuhe. Warte. Ups. Ich brauch noch ein bisschen Dinge, es braucht noch ein bisschen Level. Ja, ich brauch auch Level. Soll ich den Enchanter mitnehmen? Äh, ja, beides mitnehmen. Ich, ich, ich nehm den Envil mit, oder? Ja, dann nimm du beides mit. Ja, dann mit mir. Beides. Äh. Komm mit, hier? Ey, wenn, wenn die auf uns jetzt snipen, wär das so dumm. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die auch im Nether da sind. Wo bist du? Hinter dem. Nö, noch nicht vor allem. Und wie findest du da, dass neue Gomme-Dingens da? Boah, Digga, das ist so ätzend, Alter. Ja, find ich auch. Alle F.A.s weg, Mann. Ich hab grad so schön gefarmt. Find ich auch scheiße. Wo kannst du ja Slash-AfK machen, ne? Viel Party oder so. Hast du das gesehen? Ja, was bringt einem das? Weiß ich auch nicht. Dann werde ich nicht mehr mitgezogen, obwohl ich in der Party bin, oder was? Das denke ich irgendwie mal. Wär vielleicht mal gar nicht so kacke. Boah. Dann solltest du das Antiquid mal ändern. Ja, moin. Echt so, Alter. Kaufen sich immer für einen 10er eins aus dem Internet. Willst du? Du hast eigentlich... Perfekt, perfekt. Love is red. Nether is red. Lava is red. Everything is red. I see red. Okay. Was für full protection. Das. Ach ja, warte mal. Dann könnte ich jetzt die Schuhe auch noch schnell machen. Wo bist du? Hast du den Amboss? Stellen Sie ihn bitte auf. Sehr nett. Back made. Ach ja, wir haben ja Dias-Schwerter gemacht. Ah, das ist dann eher kritisch. Ich würde sagen, wir gehen auf Eisenschwerter jetzt, oder? Ich weiß nicht. Ich habe noch Dias übrig. Wie viele? Neun. Ja, okay. Dann müssten wir nochmal Dias farmen, damit wir immerhin Sharp 3 kommen. Das wäre ein bisschen dumm. Und bei den Eisenschwertern ist auch eine höhere Chance auf Fire Aspect dann so eine Scheiße. Ich würde auch sagen. Wobei wir bei Fire Aspect wahrscheinlich Level 30 bräuchten, glaube ich. Echt? Ja, ich glaube, du hast 30. Ich bin mir nicht sicher. Blau, aber schon. Ja, dann bräuchten wir auch noch Bücherregale und so eine Scheiße, Alter. Oh mein Gott. Das wäre der größte Shit ever. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man muss 30 haben. Pass auf, hier unten ist Lava da, wo ich gerade war. Also nicht mehr Watergraben. Ich habe das wieder zugebracht, dummerweise. Ja, okay, ich bin hier oben. Falk zum Zeus, mate. And I just see your name. Alles La. Now that thing that I would change. But it will marry the... Just the way you are. Oh mein Gott, ich glaube, das ist ein Spawn-Trap. Look at this shit. Das? Ja. Lol, warte mal, ist da sogar ein Loch drin. Ja, ja, deswegen. Könnte ich mir sogar gut vorstellen. Aber das ist ja verboten. Das war ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich nicht erlaubt hier. Hinter mir, hinter mir, Hilfe, Hildruck. Hallef. Hey. Oh, fast ins Feuer gerannt, Alter. Belastend. Ich bin so heiß wie ein Vulkan. Ich verbrenne mich daran. Garst. So, Pfeile? Nee. Never. Das ist das Kritische. Da müssen wir auch mal ein paar Schlachten gehen, wa? Ja, wir bräuchten mehr Kies an als Federn. Und die Federn, Federn habe ich auch nicht mitgenommen. Nice. OP Gotti. Aber warte mal, lass mal ein bisschen Glowstorm mitnehmen. Man weiß ja nie, wenn man vielleicht mal ein paar Tränke brauen muss. Ich weiß halt nichtmals, welche man damit braut. Ich auch nicht. Ach man, ich hatte mir mal diese scheiß Tränkeliste für UHC runtergeladen. Ich guck mal, ob die noch auf meinem PC ist nach der Folge. Ja, mach da. Wollte ich sagen. Was darf man jetzt überhaupt für Tränke machen? Heilung und Schwäche. Heilung 2? Ja. Ja, aber nicht werfbar. Wollte ich gerade sagen, werfbar oder nicht? Alter, das ist doch scheiße. Naja, geht, ne? Weil nicht werfbar ist halt auch nochmal das Können, das richtig zu teilen. Ja, genau. Tigger, Pickman greift mich an. Ganz oft. Nein. Der kleine, der kam auch nicht draufgelaufen, der alte Stinker. Ja, der schaut so ein bisschen aggressiv rein. Ja, ich schlage den. Micky's Aggression gegenüber Kindern? What's up? Where are you, mate? Mach mal einen Grundstopp bitte nicht so. Dann denke ich immer, ihr wollt mich attackieren, ey. Wo bist du denn? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ja, warte. Ich komme mal ein bisschen wieder zurück hier. In der Irre, der hier gerade durchbrisselt. Ja, Micky, fail, ne? Kannst du halt nicht. Halt doch mal. Halt einfach doch mal. Okay. Okay. Fall. Ja, Mopin. Du auch nicht. Alles Hacks. Alles Hacks. Nothing is legit. Ach ja, übrigens, bei 15 CPS wird man gebannt. Was? Ja, deswegen sollte ich jetzt lieber aufhören. Nachher erreicht die fliege ich aus das Versehen, die 15 CPS. Oh, wie ist man denn da gebannt? Ja, vom Anti-Cheat hier, von diesem Server. Ja, ha, ha, moin. Was, wenn ich jetzt 20 hätte? Äh, wenn du die konstant hältst, ein paar Sekunden, dann... ...schimmel. Ja, aber nicht, wenn du jetzt von 12 auf 18, auf 20... Nein, nein, also konstant sofort halt. Aber das ist halt auch möglich. Wenn du dich halt vorher über der Maus irgendwie einschitterst oder Butterflies und dann... ...einfach drauf legst, dann ist das auch, kommt sofort da. Warte, ey. Ich werde erst auf einem anderen Server mal so. So, bauen wir ein bisschen ab hier. Willst du heute nochmal zurück? Ich weiß nicht. Wir sind gerade eh weit weg. Und so findet uns hier eh keiner. Und wenn ich jetzt mal endlich aufhören würde, kam, bist du uns zu... ...äh, playsen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, dann lag es aber fertig, jetzt genau. Pass auf. Das noch. Wenn ich hier reinlaufe, ne? Ja. Ja. Bro. RIP. Dann machen wir den Stegi. Brrrr. Holy crap. Hier ist irgendwo der Gast. Ich will nicht. Micky. Der Koti hat Angst vor dem Gast. Da ist er. Hi, mate. Holy crap. Ey, der springt den Boden weg. Der springt den Boden weg. Pass auf. Also, ich hab doch drauf gezielt, Alter. Wirst du mich ficken. Warte, ich töte ihn. Okay, erwangst. Go. Wano. Verpiss dich. Hä, 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 hä. He, zu Suicide. Oh mein Gott, ich hab halt wirklich keine Feine mehr. We are so ripped. Oh, 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 oh. Oh, shit. Oh mein Gott, da kam. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Wir haben dir beide gehiltet. Na, zu tief. Oh. Passt, der passt. Oder? Oh, Mann. Der ist tot, ne? Nein, doch nicht. Oh mein Gott, ich hätte fast einen Pikmin geschlagen. Oh mein Gott. Ich seh den halt schon gar nicht mehr. Ja, auch nicht. Despawnt. Glaub ich nicht. Er jammert noch. Ja, moinsen. Ja, Mann, hätte Puffy. Machst du. Ich fahr mit dir in der Zeit. Vielleicht kommt da so ein Ball von unten drunter geflastert. Und du wirst elend verrecken. Ja, dann mach ich den Stehjäger in Volldamage. Dann gründ ich bei Churo2 ein Team mit einem, der auch an Volldamage verreckt ist. Ja, bei Churo2 dürfen wir nicht machen, ne? Als ob. Ja, andere Teams dann. Behindert. Ja, die wollen dich eh schon alle, weil du schon zwei Kills hast. Nee. Doch. Boah, mate, bitte pass auf. Echt, ey. Jawohl. So, und jetzt. Alter. Wenn du da runtergeflogen wärst, ne? Ich hätte das so gern editiert, Alter. Ich hätte die meiste Schnittarbeit reingezogen. Und wenn es drei Tage gedauert hätte. Okay. Wohin ist jetzt die Sache? Back in the business. Junge, ich hab mich so er... Boah. Komm, ich mach jetzt hier den Whisky-Guy. Du... Spielst aber nicht. Bau du mal safe. Was soll ich denn hier safe bauen? Mit Nether-Rig safe bauen ist super. Gatt amore, ich hab nix anderes mehr. Doch, ich hab hier sogar noch... Ich hab hier noch genug Kabel. Du behindert? Ich hätte sie so gegönnt, dass du gefällt. Boah, ich bin safe, komm. Soll ich mal Loche reinmachen? Ja, Moinsen. Ich sneak ja, solange du nicht den Block unter mir abbaust. Da ist ne... Ist das ne Festung? Nein. Also ich glaub, hier hinten haben wir halt noch Chancen auf ungelootete Festung. Natürlich ist das ne Festung, Behindertar. Das hab ich dir doch gesagt, wusste ich. Da ist ein Wither-Skelett so vor. Ja, wollte ich grad sagen. Willst du rein? Ja, natürlich gehen wir rein. Amuna. Amuna with the Coco. Blaze. Craft. Oh, oh. Drei Blazes. Das heißt, da ist der Spawner. Wir brauchen die Blazes, ne? Als ob ich schon gar keinen Cubblestone mehr habe durch diesen Weg. Hier jetzt. Hier. Danke. Reicht, reicht, reicht. Okay. Äh, pass auf, der Blazes ist unter uns, unter uns. Ich seh. Und über uns auch. Äh, ich bringe jetzt noch einen Bogen. Ja. Wir haben einen. Aber ohne Pfeile. Ohne Pfeile. Ich wollte den killen. Oh. Brenne. I see fire. Inside the mountain. Kommst du? Nein, it's made. Ich hab das Wither-Skelett einfach runtergeworfen jetzt. War mir jetzt egal. Brenne schon wieder. Warte, willkommen. Pfeile bekommen. Eine Minute noch kurz. Pfeile. Hier. Gotti. Warte, 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 warte mal. Nichts machen. Nichts machen. Ich darf jetzt nicht teilen. Ja, was soll ich machen? Der Ding käme in der Tür. Ja. Du hast dich abgenommen. Ja. Okay. Pfeile. Meine Mutter. Hier, Pfeile. Danke. Ich hab einen Brace Rod. Nice. Gehen wir runter? Also, einen Braustand können wir so schon machen. Ja. Wir brauchen noch die, äh, die Netherwarzen, ne? Ach ja, genau. Ah, ii. Ja, die gibt's halt hier in der Festung nur bei der Treffe. Wenn die jetzt schon gelootet wurde, diese Festung. Boah. Boah. Das ist ein Chest, das ist ein Chest. Ich schau, ob die hier schon jemand war. Digga, Hilfe. Geh, geh, geh weg. Geh weg. Miki, nein. Miki, pass auf. Digga. Hab Wither-Effekt. Hab aber beide Wither-Skelette gleich. Nice. Ja, ich werde auf ein halbes Herz wahrscheinlich runtergehen. Aber hier hinten ist ein Chest. Am besten reingelaufen. Hätte ich so rausgelacht. Ja, ungerütet. Nice. Okay, nice. Hier geht's nicht weiter. Erstmal ein goldenes Schwert mitnehmen. Wie viel leert's noch so? Äh, neun. Okay, nice. Wurde gekickt. Okay, ich muss jetzt essen gehen.